Das Monturdepot im Leopoldinischen Trakt der Hofburg. Ein denkmalgeschützter Raum in Gefahr. Unterhalb der Präsidentschaftskanzlei liegt im Halbsouterrain des Leopoldinischen Trakts der Wiener Hofburg das Monturdepot. Ein denkmalgeschützter Raum, der vom Abbruch bedroht ist, weil dort eine Sicherheitszentrale entstehen soll. Der Raum wurde 1908 von der Wiener Eisen- und Stahlbaufirma Griedl geplant und errichtet. Der Direktor des Haus, Hof und Staatsarchivs Thomas Just und die Direktorin der Sammlungen Wagenburg und Monturdepot des Kunsthistorischen Museums Monika Kurzel und Scheiner erzählen heute über die Besonderheiten dieser Metallkonstruktionen. Die Firma Ignaz Griedl war spezialisiert auf tragende Eisenkonstruktionen, sie hat zahlreiche Brücken errichtet und hat vor allem ihr Geschäft gemacht mit den Prunkbauten der Wiener Ringstraße, Parlament, Universität, Neue Hofburg, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum etc. Das sind die Kuppelbauten der Ringstraßengebäude. Auch der Archivspeicher des Haus, Hof und Staatsarchivs am Minoritenplatz wurde von Griedl errichtet. Eine Vorortbesichtigung. Dieser Archivspeicher, der insgesamt elf Speichergeschosse umfasst, besteht komplett aus Eisen, wurde von der Firma Ignaz Griedl errichtet und hat sich hier mit diesem Archivbau eigentlich ein technisches Denkmal gesetzt. Man hat hier das sogenannte Magazinsystem verwirklicht. Man hat 16 Säulen errichtet. Das sind tragende Säulen, die auch Teil des Speichers sind, wo die Regale untergebracht sind. Und dazwischen sind keine festen Böden, sondern Gitterböden ausgeführt. Das sind gesteckte Gitter, die man deshalb gebaut hat, weil man Platz für die Decken sparen wollte. Es sind die Treppen aus Eisen, es sind die Türen aus Eisen, es sind die Trennwände vom Stiegenhaus aus Eisen. Das Einzige, was nicht aus Eisen ist, ist der Handlauf von den Stiegen. Eine riesige Eisenkonstruktion, die seit 120 Jahren da in der Wiener Innenstadt hinter einer barocken Balletfassade sich verbirgt. Das Monturdepot, das 1908 in zwei Etagen passgenau ebenfalls als Zweckbau in das Gewölbe der Hofburg eingemauert wurde, sieht in vielen Details sehr ähnlich aus, trägt aber schon unverkennbar die Zeichen des Jugendstils, sagt Monika Kurzel-Rundscheiner. Der Gitterrost, mit dem dieser Raum in ein Ober- und Untergeschoss geteilt ist, ist ganz nach den Vorgaben des Obersthofmeisteramts angefertigt worden. Und dann gibt es noch praktisch idente Wendeltreppen, die die Verwandtschaft der beiden Aufbewahrungsräume aus der Monarchie bezeugen. Also es ist wirklich unglaublich, hier vor dieser Wendeltreppe im Haushof und Staatsarchiv zu stehen, die einfach in Form und Ausführung praktisch identisch ist mit den beiden Wendeltreppen, die wir im Monturdepot haben. Besonders auffallend diese unglaublich aufwendig gearbeiteten, geschwungenen, hölzernen Handläufe, aber auch die schönen, balusterförmigen Eisenstreben, die Art, wie die Treppen gemacht sind. Also das ist alles eins zu eins wie im Monturdepot. Der einzige Unterschied ist, dass diese Treppe noch lackiert ist. Bei uns ist der Lack auf den Treppenstufen im Laufe der Jahrzehnte abgetreten worden, aber hier ist er noch erhalten. Und der Boden war, glaube ich, auch bei Ihnen, war bei uns auch lackiert. Auch eine Parallele zwischen Archiv und Monturdepot ist die Farbe, in der diese Eisenteile gestrichen sind. Das ist so ein cremiges Weiß und ich nehme an, es ist hier genauso wie im Monturdepot noch der originale Anstrich, der eben auch einander entspricht. Für sämtliche Gewerke gab es damals Ausschreibungen. Der Bestbieter erhielt den Zuschlag. Im Haushof und Staatsarchiv liegen alle Akten rund um die Einrichtung dieses Raumes. Auch das ist etwas Besonderes. Es ist also wirklich jedes Detail dieses Raumes perfekt dokumentiert. Wir wissen genau, wer die Arbeiten gemacht hat, wann sie gemacht wurden und auch, wie viel sie gekostet haben. Das Monturdepot. Ein denkmalgeschützter Raum in Gefahr. Sie hörten die Direktorin der Sammlungen Wagenburg und Monturdepot im Kunsthistorischen Museum, Monika Kurzel-Rundscheiner, und den Direktor des Haushof- und Staatsarchivs, Thomas Just. Gestaltet und gesprochen von Sabine Nicolai. Redaktion Robert Weichinger.